Servus, liebe Freunde der gepflegten Warthand-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Ja, und da sind die Infos zum kommenden Sommer-Event doch schneller da als gedacht. Ich hatte ja mit Anfang kommender Woche gerechnet, aber tatsächlich hat Gaijin die Infos dazu heute am Freitag schon rausgehauen. Summer Extreme heißt das Event und es sind dieses Mal wirklich, das muss ich sagen, sehr interessante Fahrzeuge mit dabei. Zum ersten Mal interessieren mich drei Viertel der Fahrzeuge wirklich, wo ich sage, okay, diese drei von vier Fahrzeugen muss ich definitiv haben. Wir schauen sie uns an, erstmal vorab, es ist wieder ein Aufgaben-Event bzw. ein Sterne-Sammel-Event, wie ihr es schon kennt. Das ist das Sommer-Event ja immer. Los geht es am 8. August, das Ganze bis zum 28. August, also wieder die gewohnten drei Wochen und eben von der Uhrzeit her auch wieder 13 Uhr, wie wir es auch gewohnt sind, 13 Uhr deutscher Zeit. So, was gibt es zu gewinnen? Wir haben zum einen hier den Panzerspehwagen P204F mit der Kampfwagenkanone und zwar ist das die 5 cm, die 50 mm Kampfwagenkanone. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein schönes, kleines, lustiges Fahrzeug. Wird ein Premium-Fahrzeug werden, Rang 1. ist schon irgendwie ganz lustig, ist oben offen, das bedeutet natürlich für schwerere MGs und auch für Flugzeuge ein gefundenes Fressen, aber ich finde, es ist trotzdem ein interessantes Fahrzeug, kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir, ich sage es der Vollständigkeit halber, die HMS Renown, ist ein britisches Rang 5 Schiff, ein Schlachtkreuzer mit 381 mm Kanonen. Also ich glaube, der ein oder andere von euch, der gerne Naval Forces spielt, der wird sich darauf auch freuen. Dann haben wir den CT-CV-105HP, ein schwedisches Fahrzeug, beziehungsweise ein Fahrzeug, das in den schwedischen Tech Tree reinkommen wird. Ein Radfahrzeug, wie ihr das hier entsprechend sehen könnt. Und das ist eine Entwicklung, beziehungsweise ein Prototyp des finnischen Patria AMV. AMV steht hier für Armored Modular Vehicle von Anfang der 2000er, hat eine 105 mm Kanone, kriegt eine APFSDS mit um die 400 mm Pen. Ja, ist damit das erste Radfahrzeug, das die Schweden bei sich im Baum haben. Finde ich tatsächlich auch recht spannend, das Teil. Das ist ein Riesenklopper, kann auch natürlich wieder ein Vorteil sein. Wenn der Turm so hoch steht, kann man sich da schön hinter Steinen verstecken und wahrscheinlich trotzdem auch entsprechend dann über diese Steine drüber schießen. 100 Stundenkilometer in der Spitze schnell, ein 12 Schuss Autolader und das Ding hat auch ein entsprechendes Thermalvisier. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Und dann haben wir noch einen Flieger, klar, fehlt ja noch. Und zwar die SU-25BM, die einen stärkeren Motor hat, einen hat und einen MFD im Cockpit. Und dann auch noch entsprechende Fire-and-Forget-Waffen, wie zum Beispiel die KH-29T und die KAB-500KR. Ja, plus zusätzlich dazu noch, habe ich mir sagen lassen, sie bekommt auch wohl die R-73. Und da habe ich schon einige sagen hören, oha, wenn die R-73 hier bei der SU-25BM kommt, dann könnten die ja wohl auch andere Flugzeuge bekommen. Aber Gaijin hat schon gesagt, solche Flieger wie die MiG-29 bekommt die R-73 nicht. Gaijin hat gesagt, wenn die R-73 nochmal an andere Flugzeuge rankommt, dann an die anderen SU-Versionen, an die anderen SU-25, beziehungsweise, glaube auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die SU-39-Version. Aber so eine MiG-29 soll die R-73 nicht bekommen. Den Aufreger kann ich jetzt verstehen, dass das jetzt wieder einem Eventflieger vorbehalten bleibt, diese R-73. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch aus der Vergangenheit, die Diskussionen darüber, ist ja die R-73 eine ziemlich starke Luft-zu-Luft-Rakete, um sich gegen andere Flieger zu wehren. Also, ja, das könnt ihr Flieger natürlich mit am besten beurteilen. Aber das ist jetzt erstmal so weit der Fakt drumherum. Das sind die ganzen Fahrzeuge und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf die HMS Renown interessieren mich hier wirklich alle Fahrzeuge. Sowohl der Panzer, Spähwagen, als auch der CTCV und auch die SU-25 BM. So, was müsst ihr jetzt machen? Dadurch, dass es wieder ein Aufgabenevent ist, ein Sterne-Sammel-Event, bedeutet das natürlich wieder, es heißt, Missionspunkte sammeln alle zwei Tage, jeweils 40.000 Missionspunkte. Diese Missionspunkte stehen so erstmal fest im Raum, aber durch entsprechende Multiplikatoren ab einem gewissen Rang werden das dann auch entsprechend weniger Punkte, teilweise aber auch mehr. Ich habe da mal hier für euch eine Tabelle. Das ist so eine gängige Tabelle, wie sie, seitdem wir diese Missionspunkte sammeln müssen, mal zusammengestellt wurde. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem. Und diese Tabelle zeigt euch, wie ihr hier sehen könnt, in welchem Modus ihr wie viele Punkte wirklich sammeln müsst, auf welcher Tierstufe, um am Ende auf die 40.000 Punkte zu kommen. Das liegt natürlich an entsprechenden Multiplikatoren. Die habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf, aber ihr seht hier natürlich auch, wenn es weniger als 40.000 Punkte sind, dann liegt es daran, dass der Multiplikator größer gleich 1 ist. Wenn es mehr als 40.000 Punkte sind, wie ihr das hier auch teilweise sehen könnt in der Tabelle, dann liegt der Multiplikator natürlich bei kleiner 1. Ich hoffe, man hat das jetzt so verstanden, wie ich das erklärt habe. Ansonsten könnt ihr euch ja daran orientieren, was ihr hier in der Tabelle entsprechend sehen könnt. So, wenn ihr 4 Sterne gesammelt habt, dann bekommt ihr den Panzerspehwagen P204. Auf Stufe 8 bekommt ihr den CTCV 105 HP. Ebenfalls auf Stufe 8 die SUU 25 BM und auch die HMS Renown. Das Ganze hier dann auch erstmal als Coupon. Wenn ihr dann 10 von 10 Sternen gesammelt habt, dann könnt ihr euch auch dazu entscheiden, das jeweilige Fahrzeug entsprechend zu verkaufen. Da könnt ihr dann nämlich den Coupon in einen handelbaren Coupon umwandeln und den dann auf dem Marktplatz anbieten. Der Panzerspehwagen, den kriegt ihr so, wenn ihr natürlich dann für die Panzerfahrer die 4 Sterne euch erspielt habt. Den bekommt ihr so, den bekommt ihr fest. Der ist dann fest in eurem entsprechenden Account drin. Das ist auch der einzige, der ein Premiumfahrzeug ist. Alle anderen 3 sind keine Premiumfahrzeuge und die müsst ihr dann noch entsprechend ausbauen. Wichtig ist hier, ihr müsst euch an die jeweilige Truppengattung halten, um dann dafür auch entsprechend die Missionspunkte zu sammeln. Sprich also, wenn ihr die SUU 25 haben wollt, dann müsst ihr mit den Fliegern die Missionspunkte sammeln und da die Sterne sammeln. Wenn ihr die beiden Panzer haben wollt, dann müsst ihr mit Panzern fahren, um die Sterne für die Panzer sammeln zu können. Und wenn ihr das Schiff haben wollt, dann müsst ihr natürlich mit den Schiffen fahren, um da die Punkte für die Sterne entsprechend zu sammeln. So, so einfach ist es eigentlich vom Grundsatz her. Ich weiß, es ist wieder viel Zeit, die man da investieren muss, weil eben diese 40.000 Punkte sammeln sich natürlich nicht von selber. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist auf jeden Fall zu schaffen. Müsst ihr halt eben schauen, was ihr für einen Modus spielt und vor allen Dingen, was ihr für eine Tierstufe spielt. Aber dafür habt ihr ja die Tabelle, die ich euch entsprechend gerade gezeigt habe. Und dran denken, alle zwei Tage werden diese Tasks entsprechend wieder zurückgesetzt und dann geht es wieder von vorne los. Was natürlich auch wieder so ist, wie bei jedem dieser Aufgabenevents, beziehungsweise dieser Sterne-Sammel-Events. Ihr könnt, wenn ihr einen Stern verpasst habt, Golden Eagles investieren dafür und die Sterne entsprechend nachkaufen. Ihr könnt natürlich auch, sobald ein Stern aktiviert ist, sofort den Stern kaufen. Bei den letzten Events waren es immer 999 Golden Eagles pro Stern. Das heißt also, ihr könnt euch ganz leicht ausrechnen, wie viele Golden Eagles ihr entsprechend braucht, um, ich sag mal, die Top Rewards zu bekommen. Ja, also für den CTCV 105 HP wären es zum Beispiel Runde 8000 Golden Eagles für die Suh 25 BM auch und für die HMS Renown auch. Und je nachdem, wie viele dieser drei Hauptpreise ihr haben wollt, könnt ihr natürlich dann selber euch ausrechnen, wie viele Golden Eagles ihr investieren müsstet, wenn ihr das wollt. Dann ist natürlich wieder eine Sache dabei, die finde ich jetzt nicht so cool. Es sind wieder die Lootboxen am Start, dieses Mal in einer sogenannten Ice Cream Bucket. Also sprich, ihr habt eine Eiscreme Packung und einen entsprechenden Dessertlöffel. Das ist quasi der Schlüssel dazu, um diese Eiscreme Packung aufzumachen. Die Packung selber wird 10.000 Silver Lions kosten und der Dessertlöffelschlüssel quasi kostet dann 50.000 Silver Lions, also pro Mal, dass ihr ihn gekauft habt. Ja, also wenn ihr 5 von diesen Ice Cream Buckets kauft, dann gebt ihr 50.000 Silver Lions dafür aus. Wenn ihr 5 von den Löffelschlüsseln, die ihr braucht, kauft, dann gebt ihr 250.000 Silver Lions dafür aus. Also, ihr kennt das ja schon von der Vergangenheit mit den anderen Lootboxen. Was in den Lootboxen so alles wieder mit drin ist, da sind halt eben wieder andere Eventfahrzeuge drin, ältere Eventfahrzeuge. Ich nenne jetzt nur mal ein paar. Der BMD 4 zum Beispiel, der Leopard 2 AV ist mit drin, der Aubel 74 HVG. Zum Beispiel auch als Flieger die P59A. Dann haben wir zum Beispiel noch das Sonderkraftfahrzeug 234-4. Dann hätten wir zum Beispiel noch das 234-3, den IS-7, der da drin ist. Der IS-7 mit einer Chance zu droppen von 0,001%. Ja, KV-220 ist auch mit drin, C2, A1. Also, alles so Fahrzeuge, die aus alten Events halt eben entsprechend mal im Spiel drin gewesen sind. Aber ich würde echt sagen, lasst die Finger davon, von diesen Lootboxen. Es bringt halt wirklich hinten und vorne nichts. So, das waren jetzt die ganzen Infos zum Event. Wie gesagt, am kommenden Dienstag ab 13 Uhr deutscher Zeit geht das Ganze los. Wenn ihr euren Fortschritt entsprechend noch beobachten wollt, dann könnt ihr das einfach machen, indem ihr im Hangar auf euren Nicknamen klickt, dann auf Erfolge und dann einfach auf den Eventnamen geht, Summer Extreme. Und da seht ihr dann die einzelnen Tasks, die einzelnen Aufgabenbereiche für Panzer, für Flieger und für Schiffe. Haut mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von den Preisen haltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich in Sachen Leopard 2 PSO geirrt habe, finde ich doch drei Viertel davon echt gut. Also die beiden Panzer und der Flieger, die gefallen mir. Die werde ich mir auch definitiv holen. Bin da mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun. Wir sehen uns im nächsten Video.